Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich habe in der Vergangenheit ja eher über AMC berichtet und viele haben mir wieder geschrieben Alex, mach doch mal wieder ein Update über BYD. Und da möchte ich natürlich der Bitte nachkommen und deswegen heute ein Update über BYD. Was gibt es hier für Informationen, für Nachrichten? Und bevor ich darauf eingehe, einmal einige Kennzahlen, denn man sieht es hier schon über die Woche hinweg wirklich eine sehr, sehr starke Performance. Man darf jetzt nicht hier sich abschrecken lassen, weil viele schreiben ja immer nur 2% oder oder oder. Ich muss sagen, eine Aktie, die wirklich stetig und leicht steigt, ist immer noch besser und ist natürlicher als eine Aktie, die heute um 10% steigt, morgen um 15%, weil einfach die Wahrscheinlichkeit bei fast 100% liegt, dass diese eben auch wieder einen Dip beziehungsweise eine Korrektur erlangt. Und deswegen finde ich diese Steigerung hier wirklich sehr, sehr gut. Man muss aber auch dazu sagen, dass allgemein die chinesischen Unternehmen aktuell beziehungsweise in der Vergangenheit etwas schwieriger waren die letzten Wochen und jetzt mittlerweile würde ich persönlich sagen, das ist natürlich nur meine persönliche Meinung, aber ich bin natürlich auch kein Anlage- oder Finanzberater, ihr wisst es. Aber ich vertrete halt immer oder ich möchte euch meine Meinung mitteilen, ist einfach, die chinesischen Unternehmen erholen sich so ganz, ganz langsam und ich glaube auf jeden Fall sehr stark dran, dass in der zweiten Jahreshälfte hier wirklich einige chinesische Unternehmen, die vielleicht in den letzten Wochen nicht so gut performt haben, auf jeden Fall in der zweiten Hälfte eine sehr gute Performance hinlegen werden, wie zum Beispiel Xiaomi oder BYD. Und das sieht auf jeden Fall hier schon mal sehr gut aus. Auch die anderen Zahlen, man rechnet mit einem Umsatzwachstum, die Marktkapitalisierung aktuell bei 482 Milliarden Dollar und auch in dem Qualitätscheck, man kann es hier sehr schön sehen, 9 von 15 Punkten, Umsatzwachstum der letzten 5 Jahre 14 Prozent, ja, die Volatilität 7,53 Prozent, Finanzverschuldung 26,1 Prozent und kommen wir einmal zum Wachstumscheck, 12 von 15 Punkten, wirklich sehr, sehr stark, also da müssen erstmal andere Unternehmen hier definitiv besser performen. Und man kann hier einfach den Chart sich einmal angucken über die letzten Wochen und man sieht hier wirklich einen sehr schönen Aufwärtstrend am Freitag hier mit einem Plus von 1,47 Prozent geschlossen und ihr seht hier wirklich diesen schönen, wirklich sehr, sehr schönen Aufwärtstrend, sehr natürlichen Aufwärtstrend und das ist das, was ich sage, weil das ist einfach schöner, als wenn ein Kurs auf einmal so Sprünge macht über, ja, 10, 15 Prozent. Und was gibt es für Nachrichten? Das ist ja immer so das Relevante bei BYD, der Chart ist das eine, aber warum ist das so? Das ist ja immer für viele von euch sehr relevant. Was gibt es für Nachrichten? Wie ist die Prognose für die nächsten Wochen? Bleibt gerne bis zum Schluss dran, denn am Schluss des Videos sage ich immer meine persönliche Meinung, wie ich damit rechne, wie es die nächsten Wochen weitergehen wird. Und BYD meldet großen Flottenauftrag für emissionsfreie Busse von Daimler Partner aus Schweden. Hier geht es im Prinzip darum, dass Schweden neue Fahrzeuge bestellt hat, umfasst insgesamt 79 Reihen elektrisch betriebene Fahrzeuge und BYD liefert in diesem Zusammenhang insgesamt 32 Exemplare aus. Und was man bei BYD auch wirklich sagen muss, ist der Vorteil, Warren Buffett ist hier investiert, da brauche ich glaube ich nicht so viel davon erzählen, aber eigentlich alles, was Warren Buffett so in die Hand nimmt, wird zu Gold. Und wenn er wirklich an ein Unternehmen glaubt und investiert, dann ist das eigentlich auch kein falscher Weg, hier selber als Anleger zu investieren. Was gibt es sonst noch für Nachrichten? BYD hat ja das eine Millionste Fahrzeug verkauft, hat einen Meilenstein erreicht und hat mittlerweile wirklich sehr gute Partnerschaften mit Toyota Motor oder dem deutschen Konzern Daimler AG. Das sind natürlich Top Player und BYD erzielt im ersten Quartal 2021 40,99 Milliarden Yuan und damit eine Verdoppelung zum Vorjahr. Also das ist wirklich schon sehr, sehr stark, was hier BYD wirklich hinlegt. Wie gesagt, das müssen erstmal andere Unternehmen nachmachen. Und dann gibt es natürlich noch diese Nachricht, dass in Norwegen bis Ende des Jahres 1500 Fahrzeuge verkauft werden sollen. Warum Norwegen? Norwegen ist einfach der Vorteil, sie bekommen extreme Förderungen, also wirklich kein Vergleich zu Deutschland. Und mittlerweile in Norwegen gibt es mehr als 60 Prozent, oder es sind mehr als 60 Prozent der Neuzulassungen von Fahrzeugen sind Elektrofahrzeuge. Und das ist natürlich schon sehr, sehr stark. Also lasst man den Aktionär so sein, wie man, ja, ist halt in meinen Augen nicht die beste Seite, um sich über aktuelle Dinge zu informieren. Aber es gibt hier halt immer auch so ein kleines Fazit. Und hier wird wirklich darüber gesprochen, dass sie befürworten, BYD-Aktien zu kaufen. Man muss jetzt natürlich abwarten, wie es weitergeht. Und BYD hat auch eine weitere Auslieferung getätigt. 30 Elektrobusse an die spanische Metropole Madrid. Also hier haben sie 30 Fahrzeuge ausgeliefert und haben eben auch eine Option auf einen weiteren Auftrag. Und das ist, was wirklich immer so dieses Interessante ist bei BYD. Ich muss sagen, ich bin wirklich davon 100 Prozent überzeugt, dass dieses Unternehmen in den nächsten Jahren sehr, sehr erfolgreich wird. Und BYD mittlerweile wirklich überall auf der Welt Aufträge von Metropolen, von Städten und so weiter. Natürlich erst mal so kleinere Aufträge. Hier 30 Busse, da 50 Busse, hier vielleicht 100 Busse. London ist ja noch viel, viel weiter. Mittlerweile, glaube ich, über 500 Busse. Und wenn die Kunden erst mal richtig zufrieden sind, werden Folgeaufträge automatisch kommen. Es muss oder weltweit sind viele Länder, die sagen, wir wollen bis dann und dann wirklich unseren Ausstoß von CO2 verringern, bis da und dahin. Und da ist natürlich so Elektrobusse, die den ganzen Tag durch die Stadt fahren. Also wenn ich mir mal Berlin vorstelle, als ich da war, ein Bus nach dem anderen und wenn hier wirklich nur noch Elektrobusse fahren, wird natürlich auch die, wie soll ich es am besten sagen, das Wohlfühlen, wenn man allein die Straßen lang geht, nicht mehr dieser Lärm beim Gas geben und so weiter. Aber natürlich auch die Emotionen werden halt viel besser. Deswegen, sie müssen erst mal in den Markt reinkommen, Qualität abliefern, was sie tun und es muss sich natürlich immer mehr rumsprechen. Man muss auch immer bedenken, solche Bestellungen laufen nicht einfach, die rufen an und sagen, wir wollen 50 Busse, sondern das sind Ausschreibungen, die müssen gewonnen werden. So Busse baut man auch nicht von heute auf morgen. Also da steckt schon viel, viel mehr dahinter, als vielleicht der ein oder andere denkt. Und meine Prognose für die nächsten Wochen ist, ich glaube persönlich, dass wir bei BYD definitiv in den nächsten, ja, wir können mal gucken, was in den letzten zwölf Monaten so los war, 29 Euro war der Höchstpreis oder Höchstkurs. Ich gehe stark davon aus, dass wir die nächsten zwei, drei Wochen die 20 Euro Marke durchbrechen werden. Dann wird es meines Erachtens einen kleinen Dip geben und dann wird es weiter in Richtung 25 Euro gehen. Da bin ich sehr, sehr stark von überzeugt. Also die Performance, was BYD die letzten Tage hingelegt hat, versprechen wirklich sehr, sehr viel. Auch die Auftragslage bei BYD ist sehr, sehr gut und meines Erachtens gibt es keinen Grund, warum aktuell BYD irgendwie negativ Schlagzeilen bringen sollte, warum der Kurs wieder nach unten gehen sollte. Also die nächsten Tage, Wochen werden meines Erachtens bei BYD wirklich sehr, sehr positiv verlaufen. Ich danke euch fürs Zusehen und würde mich freuen, wenn wir uns bald wiedersehen.